Und da bin ich auch schon wieder in Farquay 3 und es geht sofort weiter zu den lieben Medusen auf das Schiffchen. Da wollten wir ja jetzt hin, aber ich bezweifle, dass wir da jetzt so einfach locker hinkommen. Bestimmt finde ich unterwegs wieder was Tolles. Ich mache mir das erstmal hier auf der Karte. War doch nicht so weit, bin ich denn blöd. Nö. Nö, bin ich nicht. Nö, nö, wir machen wir nicht, ne. Ne, wir fahren nicht. Das ist uns so weit. Haben wir denn hier noch ein Auto? Do you sell your car? Yes, I can buy it. Oh, that's aber sehr, very nice. Oh, ok, thank you. Now I'm driving with my car here. now driving where we fast this is this is so amazing I like it it is so funny it is so awesome a uses of Kai the feeling of the car is wonderful and I driving in the wrong way I just speaking a lot of damage thing and I don't know what I talk here and I sing this let's play is not German now it's English this is very nice thing and when we are in it not verstehen dann dann ihr gehört kein Englisch so das war die Ansprache zum Sonntag was ist nie die Straße hin oh da L S S S S S das ist doch blöd ich will mein Auto mitnehmen ja okay man kann nicht alles haben 1 alles klar hier sind wir auch schon glaube ich am schiff der mit user ich glaube dann habe ich es auch gerade kurz schon gesehen sind sie da noch frisch die sieht schon ein bisschen älter aus das hat er gesagt ihr versteht ja ähnlich ist ja es ist ja leider für euch ich zu leise das tut mir auch super leid aber ich kann es einfach nicht ändern ändern dann müssen wir einfach zu hören und mit meinem geschwafel zurecht kommen ist er noch fair oder genau oder ist noch einer und haupt ziel ok ganz leise du hast da bist er mit es können wir jetzt auch wegschleppen haben wir gelernt wenn wir auch mal tun so ganz ihr land da kommt mit ich glaube ich gehe gerade kein schritt rückwärts ich bin nur vom stein hängen geblieben verdammt das habe ich denn hier nur mitgekommen ich bin auch ein dödel nur vor allem bogen mitgenommen ich mache eine gute sniper na gut dann müssen wir damit zurecht kommen aber das werde ich auch schaffen irgendwie kriegen wir das sind wir haben es bis jetzt immer hinbekommen und klappt so da hinten habe ich gar nichts weiter so schiff wow nice da ist mein foto von machen wir das denn blub blub gleich ganz langsam an so dahinter rutschen komm ich fand den hier bogen von hier 80 meter holy shit alter war der nice der war ja richtig gut hätte ich nicht erwartet oh verdammt nein da liegt keiner scheiße das war jetzt aber so nicht mein plan komm her sehe dich und er mich auch alter also wir auch nicht erzählen dass er mich nicht sieht bin ich ganz früh aber trotzdem ganz froh dass er das hast du ist und er hat schon abgeschossen eine leuchtrakete ist habt ihr es auch gerade auch nein komm nein 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 aber bevor du das tust lieber was weiß ich über jason genau ist da erstmal schön hingehen und die design ist einfach mitnehmen junge so geht man doch heutzutage nicht mehr aus dem haus und verantwortlich sowas was was wirst du ein super wölf 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 dann wir brauchen noch wir haben wir hier gerade mal ok und schon haben wir alles perfekt dann können wir ja jetzt wieder los starten sorry für das seine fupa eben aber passiert und now we travel here with the car again i don't know why i speak english when i see the car kam es mir so in den kopf genau ich habe heute auch schon wieder hier lang hier lang nein nicht da lang hier lang ich habe einen plan und ich hoffe er geht auch auf das hoffe ich noch ja in der straßen ok doch da war schon ich muss jetzt hier mal kurz rein hier sehe ich ja ja es ist die haben wir da super den weg gemacht also erkennt man auch super ja in der hütte baut denn hier guten tag hallo ja ist jemand zu hause nee ja da komme ich mal rein eine schöne müffel eine schöne muschel in so einem häuschen ok also auf dem sofa will ich nicht mehr schlafen wollen alter motorgeräusche ist auch echt geil ich demonstriere das mal ihr gehört das ja leider nicht so gut genau das war mein plan das wollte ich tun nichts anderes kein kommentar so und von neuem boah alter hier war ich ja noch nie alter die strecke ist ja hier richtig cool die purke ist hier geil so schön das soll es so improvisorisch finde ich schön gemacht der weg hier auf dem berg ist ja cool mhm ah schöne aussicht ja schöne aussicht äh what spiel nur weil ich so schlecht spiele hängst du dich erst mal hier auf oder was was war da denn los hängt sich ja vor allem mal das spiel auf hm und schon wieder ok magst du mich jetzt nicht mehr hey spiel ich wollte es nicht machen aber du du hast das auto nicht schnell genug gebremst da blieb mir gar keine andere wahl alter da hatte los mit mir wo wir müssen da hoch zuvor wir bevor wir da hoch gehen gucken wir hier nochmal in meinem zuhause lang oh ja ja das ist mein haus ja und ich nehme meine sonnenbrille mit denen sonst ist es hier so hell wenn ich gleich das hier machen will das bescheid wollen gut auch ne ne ich muss jetzt nicht erst da rein um hier hoch zu kommen doch doch da unten das ging ja richtig gut da ist das ja ja erst mal ein stahl runter werfen vielleicht bringt ja was treffe ich den denn nicht so ein bisschen auch bei lustig schießen oder hat jetzt mal so dann nochmal so tut sich nix rein gar nichts bin verwundert was passiert wenn ich da jetzt was passiert da jetzt ok die rennen er rennt auch kann ich die von hier oben checken da ist schon den da hinten nicht mehr vielleicht trefft deswegen treffe ich den nicht da trefft ich da trefft ich natürlich creepy ok 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 jetzt habe ich es kapiert und jetzt habe ich natürlich auch keine munition ach komm komm tschüss ich mache schluss für heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es mal wieder besser läuft bei mir schreibt in die kommentare dass es euch nicht gefallen hat mir hat es auch nicht gefallen so viel fech kann man doch nicht an einem tag haben es gibt es doch gar nicht so viel pech auf allem als erst mal jetzt haben wir nur feiler bei kommen wir nicht gut durch dann dann genau zuerst wurden wir entdeckt dann sind wir mit dem auto runtergefallen und dann fallen wir jetzt noch zu fuß darunter das gibt es doch gar nicht hör mir auf abonniert mich trotzdem denn so geht es auf keinen fall weiter und wenn ihr wissen wie es wissen wollt wie es weitergeht dann seid ihr dann darüber informiert dann bekommt ihr eine schöne nachricht doch der liebe servistpfeffer sie macht hat ein video hochgeladen aber das ist aber fein genau so wird das sein empfiehlt mich ruhig weiter huh 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 cool also das habe ich jetzt auch noch nie gemacht hallo das ist also wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin